So, jetzt geht's auf zurate. So, jetzt geht's das. dann bin ich bei gefördert was hat er jetzt so sagt Gut. Gut. Ich habe es gut. Was machen Sie? Ich habe die Gespräche. Gespräche? Die Endurance ist eine große Geschichte. Er ist die Geschichte. Er ist die Möglichkeit. Er ist die Geschichte. Er ist die Geschichte. Was? Ich habe es geschafft. Ich habe es, die Geschichte zu fragen. Ich habe es versucht, die Geschichte zu fragen. Was? Was es? Was er aufgeregt? Er ist die Geschichte. sie haben es, nicht wahrzunehmen. Ich habe es die Geschichte. Ich habe das Gefühl, dass die Enduranz sehr ungewöhnliche Play-Style ist. Ungewöhnliche? Es ist kein langfristiges Log-in. Das Ende des Enduranzes und Chat gibt es sehr interessiert. Das ist es, was ich mit der Anwendung des Entwurzungsgeräts. Das ist das Entwurzungsgeräts, was ich nur mit der Anwendung der Anwendung, die Arina. Also, wenn ich die Anwendung des Entwurzungsgeräts schaffe, dass ich das Entwurzungsgeräts bin, die Arina auswählen muss. Ich denke, das ist das, was ich. Ich weiß, dass ich das nicht mehr machen kann. Ich werde das nicht mehr sagen. Ich weiß, ob ich es nicht mehr sagen kann. Ich weiß, was ich nicht mehr sagen kann. Mittel Juh! Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt nicht, was Siata von uns verlangt. Vor allem nicht, nachdem wir fast Kuhn verloren hätten. Mir passt es einfach nicht. Nein! 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 wieder leer. Ach, ich wollte mich doch auslocken. Warum gehe ich denn jetzt hier hin? Oder kann ich jemanden in meine Gruppe einladen? Kann ich wohl. Dann machen wir nochmal 1-2 Dungeons jetzt zum Leveln. Weil, wer weiß, frierend, sonnig, reinrassiger. Weil, wer weiß, was uns mit Entrance erwartet. Wäre mir nicht neu, wenn bei Hekma plötzlich so ein mega immenser Sprung zwischen den Leveln wäre. Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich weiß, vielleicht erleben wir ja auch gleich wieder einen PKer. Es werden ja noch irgendwie 3, 4 PKer. Ja. 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 Höhlenkiste, jo. Ich geh' wo gerade drauf. Untertitelung. BR 2018 Jaaa, Levels... Levels 47, jetzt können wir endlich die Rüstung anlegen. Schlafen konnte, was kann man da noch? Schlafen konnte, was kann man die Rüstung anlegen. 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 Eigentlich ideal wäre Level 50, aber ich bin zweifelös mal ganz getiegen. Mecha, 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 Mecha Crunchy. Ja, alles auch. Ja, man muss aber auch mal nach Hause ankommen. Ja. 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 Na. Ja. Ja. little例 wiegt, los Moueller droht Oui. Das war's für heute. Wir sind keine Wunschwunsch. Ich meine, ich könnte fast meinen, die Leute haben Keine Ahnung mehr, ob das Level für sie geeignet ist Oder keine Freunde Ich meine, ich könnte fast meinen, die Leute haben Ich meine, ich könnte fast meinen, die Leute haben Ich sage, ich bezweifle, dass wir es auf Level 50 schaffen Weil ich jetzt auch nicht vorhabe, jeden Gang hier abzusuchen Ich meine, ich könnte fast meinen, die Leute haben Ich meine, ich könnte fast meinen, die Leute haben Und schon wieder falsch gelaufen Wie war das, ich möchte eigentlich nicht jeden Gang entlanglaufen Und jetzt tue ich es doch, weil ich mich ständig verhaspe Geil Total ungeil Zahila ist gerade mal ein bisschen in Gefahr Und weg vom Fehler, du verdammtes Biest Und jetzt kommt es gerade mal ein paar Minuten Ich kann es auch auf, wenn ich die Musik Ich kann es nicht mehr auf, wenn ich dich da bin Ich kann es nicht mehr auf, wenn ich mich nicht mehr auf, wenn ich mich nicht mehr auf, wenn ich mich nicht mehr auf mich ist Das war's für heute. 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 Aber nur mit etwas Glück. Das war's für heute. Ich frage mich, ob dein Endurance unser Endgegner wird, oder ob es da noch einen anderen Endboss gibt. Eigentlich in der Liste steht noch ein großer... Ich denke mal nicht, dass der Endurance unser Endgegner wird, sondern irgendein Eidervieh. Und ja, ich meine es so, wie ich das sage, wenn ich sage, irgend so ein alter Vieh. Okay, wir gehen hier wieder raus. Jetzt habe ich keinen Bock zu viel zu kämpfen. Why should I? Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich glaube, das war's für heute. Ich glaube, wir haben wieder einen von der, von der, ähm, PKer-Liste, Kopfgeldliste gestrichen. Ich glaube, das war's für heute. Ach, da ist ja nicht. Ich glaube, das war's für heute. Ich glaube, das war's für heute. 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 Das ist das Ideallevel, womit man gegen... gegen Kiski antreten sollte. Und natürlich trat man nicht alleine an. Man trat mit... Ich glaube, man konnte... Black Rose war definitiv nicht von der Partie. Aber ich weiß nicht, wer noch. Das war auf alle Fälle nicht Mia oder Elf. Ist der Elf oder hieß der Elf? Ich glaube, Elf ist ja... Ich glaube, man konnte dann so viel nach hinten auswählen, weil es gab da auch noch so Secret Characters, mit denen man spielen konnte. Ähm... Wir sollten hier doch mal auf... Das war's für heute. Ich glaube, es war's für heute. Ich glaube, es war's für heute. Ich glaube, es war's für heute. Wir haben's geschafft, haaaah. Wir haben's endlich geschafft. Ich freu mich auch um es der Stufe 8. Ich freu mich gar nicht erst. Alle. Nochmal consistency. Bei uns nicht. Wir haben's geschafft, aber wir haben's geschafft. Lieben deshalb. Wir machen's wieder meine Strive. Vielen Dank.